Was geht ab, meine Freunde? Willkommen zu einem Wattepaar von Mario RPG. Jawollski, weiter geht's hier. Wir waren hier stehen geblieben. Ich weiß nicht, wo wir sind, aber wir wollen eigentlich zur Monstrostadt oder so. Ja, wir sind... Was ist denn das hier? Ja, okay, ich hätte da mit dem Stern durchgehen sollen. Shit. Das ist jetzt schlecht gelaufen. Aber können wir jetzt gar nichts ändern daran. Deswegen mache ich jetzt das hier einfach mal. Schlafenszeit. Vielleicht alle mal einschlafen, nicht nur ich. Hä, was? Warum ist keiner eingeschlafen? Oder kann der nicht... Hä? Gift. Hä, warum... Hä? Hä, warum ist der jetzt nicht eingeschlafen? Haha. Monsterkuss. What the fuck? Warum machst du so viel Damage? Sehr gut. Da müssen wir jetzt schon direkt auf Therapie gehen, ne? Also, das kann doch nicht so wahr sein hier. Das kann doch nicht wahr sein. So, Shogun. Was willst du? Bam, Alter. Hier. Ja, die Shoguns haben aber auch echt ziemlich viel Leben und so, ne? Boah, der hat schon kassiert, dieser Wichser. Der Monsterkuss ist halt echt übelst stark, ne? Du kannst da nicht auch was gegen machen. Äh, Spionblume. Was für ein Spion, ey. Wer hat nochmal Monsterkuss gemacht? Dieser Wichser, ne? Du stirbst jetzt nämlich. Jawohl. Sehr gut. Schön Damage gemacht, Alter. Scroll Dust. Ich glaube, das juckt gar nicht, oder? Oder wie viel Damage macht das? Achso, das... Achso. Ich glaube, ich kann nur dann mich ab... Ich kann da nur mich wehren, quasi. Als Vogelscheuche, glaube ich. Oder... Keine Ahnung, was man da macht. Check ich selber nicht. So. Erreicht Level 14. Das ist gut. Äh, was machen wir? HP hat sie nicht viel. Hat sie von Spezial was abgekriegt? Eigentlich nicht, ne? Also, ich glaube, die Spezialwerte und so passen mittlerweile. Ich denke, HP wäre jetzt mal hier vom Vorteil. Ja, wir hätten auf jeden... Ne. Ja, wir hätten auf jeden Fall mit dem Stern da durchgehen sollen. Aber ich habe gar nicht mit einem Stern gerechnet, wenn ich ehrlich bin. Wie gesagt, ich habe nicht mit einem Stern in diesem Block gere... Also, in der Schatztruhe gerechnet. Weswegen ich... Ja, auch den Block in... Ich habe den Block, also, beziehungsweise die Schatztruhe genommen. Und ich dachte, da wäre irgendwie ein Pilz oder sowas drin. Und nicht ein fucking Stern, den ich brauche. Damit hätte ich niemals gerechnet, dass ich das wirklich brauche. Das finde ich ein bisschen blöd vom Spiel. Aber gut. Heißt ja nicht, dass man jetzt hier nicht mehr weiterkommt, sondern man muss einfach nur quasi... ...sehr viele nervige Fights eingehen, die man hätte nicht machen müssen. Aber gut. XP sind XP, meine Damen und Herren. Wer ihn juckt, so machen wir das. So Spionblume. Äh, verpiss dich. Was willst du hier noch spionieren, Alter? Wer hat mir... Hilf mir aufbekommen. Kann ich jetzt durch? Ja. Gut, ich muss die andere Hälfte jetzt nie nur besiegen. Okay, was ist denn das jetzt hier? What? Wo bin ich hier? What the fuck? Belum-Tempel. Und das sind alles Gegner, ne? Ja, okay, okay. Hab verstanden. Ich dachte schon, hä? Warum kommen die nicht auf mich zugerannt? Ja, ja, übertreibt, ne? Du Haufen von Müll. Weg mit euch. So, wir sind dann im Belum-Tempel. Alles klar. Hallo. Hallo. Jo, Nedman, bring dich diese Abkürzung an die Oberfläche zurück. Nö. Warum sollten wir jetzt zur Oberfläche? Ich verstehe jetzt nicht. Soll ich dir die Zukunft voraussagen? Es kostet nur 50 Münzen. Äh, ja. Siehst du die drei Gesichter an der Mauer? Berühr sie in beliebiger Reihenfolge. Dann erfährst du deine Zukunft. Okay, dann machen wir das. Das mal hier und dann das hier und dann das. Wenn du die Röhre hinter der nächsten Tür benutzt, wirst du selten Items finden. Welche Röhre? Achso, hier. Ich werde selten Items finden. Hier oder was? Wofür ist denn das? Hä? Wofür ist denn jetzt dieses Ding hier? Wofür ist denn die Sprungschanze jetzt? Die gelbe Kaffee bringt dich in den nächsten Raum. Dein Glück bestimmt, wo du ankommst. Mit Glück bist du belohnt. Monstro-Stadt ist direkt hinter ihm. Ich empfange keine Besucher, nachdem ich zu Bett gegangen bin. Aber jetzt mal ernsthaft, wo sind meine seltenen Items? Hätte ich zur Sprungschanze gehen sollen? Aber ich glaube, das hätte mich einfach zurückgebracht, weil Sprungschanzen eigentlich mich nie zu geheimen Türen bringen. Gib mir die Schüsse und ich lass dich durch. Welchen Schlüssel, Alter? Welchen Schlüssel brauche ich? Ich empfange keine Besucher, nachdem ich zu Bett gegangen bin. Achso, Belum war... War Belum nicht dieser eine Hund? Dieser tollwütige Hund, der uns angegriffen hat? Okay, wir brauchen den Schlüssel dafür. Ach, dann sind... Hä, ist das die Schatzkammer oder was? Ja, und wie kriege ich den Schlüssel? Hier oder was? Achso, okay, das führt zurück. Hä? Ja, wo kriege ich den Schlüssel jetzt her? Okay, ich brauche den Schlüssel. Ich glaube, ich muss dir jetzt auch Geld bezahlen, damit ich hier... Okay, müssen wir wohl, glaube ich. Was soll ich da... Warte mal, was ist denn hier? What? Oh, hallo! Ist das nicht unglaublich? Es sieht wirklich wie der Rand der Welt aus, oder? Das ist mir so unheimlich. Ich gehe nach Monsterstadt zurück. Tschüss! Ja, und was ist jetzt hier? Climb hier. Hier ist doch gar nichts. Ja, wir waren auf jeden Fall da richtig. Lass mich einfach jetzt hier durch, Mann. Sag mir nicht, die spawnen wieder danach. Sehr gut, dass sie nicht spawnen. Okay, und was soll ich jetzt hier... ...eurer Meinung nach machen? Äh, ich muss da runter. Aber wo lang, hä? Was ist denn das? Das ist nach einem Stern. Ich kann dir einen für 400 Münzen verkaufen. Äh, ja. Ach so, ein Stern, Alter. Stimmt, hier. Zack, Alter. Bam, Alter. Bams. Boah, das ist richtig lecker, Mann. Das ist lecker, Mäulchen 2. Lecker, Mäulchen, gut. Wow, das war echt lecker, Mann. Spezial. Hopp, auf geht's. Mellow auch noch. Power. Ja, hä? Ja, ich brauche trotzdem den Schlüssel. Hä, welchen Schl... Ja, und wo kriege ich jetzt den Schlüssel her? Gibt's hier noch irgendwo einen Weg? Hä, 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 hä. Oder kriege ich... Kann ich den Schlüssel irgendwie mir verdienen oder so? Ich hab keine Ahnung. Hier ist auf jeden Fall kein anderer Weg. Also müssen wir eigentlich hier lang. Ja, wir müssen hier irgendwo lang. Ich hab keine Ahnung. Ja, wir müssen hier sein. Ja, aber wo krieg ich den Schlüssel her? Muss ich mir nochmal die Zukunft voraussagen lassen, oder was? Ey, vorhersagen. Ja, komm. Ja, 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 ja. So, wir haben jetzt drei als erstes gemacht. Guck mal, das ist mal zwei, eins, drei. Du wirst zu viele Freunde haben in der Zukunft. Okay. Ach, jetzt... Oh mein Gott, warum muss ich mich hier den anlegen? Ich glaub, die kann man nicht einschlafen lassen, oder? Ich weiß es nicht, also dieser Maus da, oder dieser Kou, oder wie heißt das Vieh? Crow? Das konnte nicht schlafen. Aber das scheinbar schon. Also Oktowada kann scheinbar schlafen. So, wir müssen diesen Shogun loswerden, weil das ist ein gefährliches Vieh, Gift. Juckt mich nicht. Zack, weg mit dir. Shogun ist gefährlich. Braucht man nicht. So, dann gehen wir auf Umarmung, würde ich mal sagen. Auf Gates. Dann ist jeder wenigstens geheilt und alles gut. Joe ist, glaub ich, der ungefährlichste. Deswegen, zack, auf dich, du Arschloch. Klebeball. Sag mir, das macht jetzt viel. Alter, das hat echt, das hat viel gemacht. Alter, hat das viel Schaden gemacht, ey. Fick dich. Fick dich, Penner. Stirb. Raus hier. Ja, ich muss ja auch alle besiegen. Ne, das kotzt jetzt auch an. Bringt das überhaupt irgendwas? Ne, eigentlich nicht, ne. Dann gehe ich auf diesen Shogun mal. Egal, der ist tot. Jawoll. Das Old. Dieser Shogun ist so stark, ne. Dieser Wichser. Oh, das ist schlecht. Bitte nicht treffen, bitte nicht treffen. Meh. Wir müssen auf diesen Shogun gehen. Das ist der gefährlichste Wichser. Äh, ich kann kein Items benutzen. Ich kann aber Spezial benutzen. Was ist denn der Geno-Stoß? Alter, auf alle. Halt Y gedrückt. Ich hab's, glaub ich, auch falsch getimed, ne. Oder ne, passt. Glaub ich. Also, er hätte schlimmer sein können. So, jetzt noch einmal gegen diesen Wichser. Kriegen... Wie kriegen wir eigentlich jetzt den Schlüssel? Ich versteh's halt immer noch nicht. Ich glaub, ich muss einfach nur das Rätsel lösen quasi. Aber das kostet halt auch Geld, ne. Das kosten 50 Münzen. Voll der Blödsinn eigentlich, ne. Also, dass du jedes Mal nur versuchen kannst, wenn du Geld ausgibst. Stell dir vor, ich hätte gar kein Geld. Das ist ja voll der Schwachsinn. Ach, nicht dein Geheule, ey. Das ist wirklich Schwachsinn, so. Vollenschlaf. Ja. Okay, Mario schläft nicht. Das ist gut. Shogun ist tot, das ist auch super. Kann Geno mal aufstehen. Ich glaub, der ist grad eben aufgestanden. Hier, Spionageblume. Verpiss dich. Scrolldust. Let's schon wieder... Let's schon wieder auf Geno. Bitte überlebt. Sehr gut. Boah, das hat schön Damage gemacht. Zack. Sehr gut. Jetzt hab ich, glaub ich, alle besiegt. Oh, guck mal, ich bin Bowser. Hat Level 15 erreicht. Jawoll. Zamalma. Keine Ahnung, wie gut das jetzt ist. Aber wir haben jetzt endlich mal diesen fucking Raum geschafft. So, was ist denn jetzt hier? Achso, das führt jetzt dahin. Das hat mit dem Schlüssel aber nichts zu tun. Interessant. Okay. Wir brauchen den Schlüssel. So, machen wir mal eins, zwei, drei. Wir hatten... Wir machen mal eins, zwei, drei. Wenn ihr die Hürer, äh, vor der nächsten Tür benutzt, hast du wohl ein Festmahl vor dir. Sag mir nicht, ich muss jetzt tausend Gegner besiegen. Was ist denn ein Yoshi-Keks? Nein. Was ist denn ein Yoshi-Keks? Was ist denn ein Yoshi-Keks? Ja, Honig-Sirob-Kauf. Was ist denn ein Yoshi-Keks? Was ist denn ein Yoshi-Keks? Beschwört Yoshi im Kampf. Das ist ja mal mega geil. Ich weiß jetzt nicht, was das genau bringt. Was ist denn das für ein Ding? Hat das denn Schlüssel? Hä? Egal. So, guck mal hier jetzt. Ich versuch mal eins, drei, zwei. Eins, drei, zwei. Wir erwarten nicht in Zukunft leckere Snacks. Yoshi-Keks. Boah, der ist halt verdammt geil, ne, der Yoshi-Keks. Hä, aber ne, ich glaub nicht mal. Es ist einfach nur das... Ich brauche den Schlüssel, aber wo kriege ich den Schlüssel her? Ich glaube nicht mal, dass das damit hier was zu tun hat. Ich glaube, wir müssen den hier irgendwo finden, oder? Hä, aber wo willst du den hier bitte finden? Du möchtest einen besseren Stern. Ja. Später wieder bis dahin finde ich ihn. Äh, ach man. Juckt mich doch nicht, ob der verwirrt ist. Soll er doch seine eigenen Leute angreifen? Warum kriege ich da eine Warnung? Hey, guck mich doch nicht. Aber mich würde jetzt trotzdem mal interessieren. Hey, was soll ich denn hier? Oder warte mal, weil ich jetzt die Maus da vielleicht hingeschickt habe. Meint ihr, das geht jetzt da? Ich glaube nämlich, dass ich die Maus da hätte hinschicken sollen und dann kriege ich den Schlüssel oder so. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt stimmt oder nicht. Wir haben ja jetzt, glaube ich, den neuen Maus erst da reingeschickt. Ja, worum geht das jetzt nicht? Welcher Schlüssel, Alter? Was willst du von mir, Mann? Hä, 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 verpasse ich hier irgendetwas? Oder blicke ich hier irgendwas nicht, was ich hier... Hä? Hat auch niemals mit der Zukunft zu tun, oder? Hä? 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 Was? Hä? Hä?? Nicht dein Ernst. Ich glaub, Umarmung wär gut, ja. Oh mein Gott, Mann. Jogan, verpiss dich. Was willst du hier in Deutschland? Pollenschlaf. Och, nee. Lass mich doch mal in Ruhe mit diesem Mist. Muss das sein. Jetzt mal ohne Scheiß. Ah, reib dich sogar. Lalalala. Verpiss dich. Gerne erreicht Level 15. Jawohl. Spezial. Sehr gut. Sehr gut, mein Boy. Oh mein Gott. Nein, ich will diesen Wichsern ausweichen. Oh, das war gut. Das war gut. Ja, aber hä? Was willst du jetzt von mir spielen? Jetzt mal ohne Scheiß. Och, Mann, Alter. What the fuck? Das sind Gegner, die ich schon wieder nie gesehen habe. Shy away. Was ist denn das für ein Vieh? Okay, scheint dich stark zu sein. Ja, greift euch selber an. Ist mir doch Wayne. Chewy. Oh, Alter. Mach keinen schlechten Schaden, ey. Ach, warum schlä... Och, Mann. Muss das sein. Nee, egal. Die sind sowieso alle tot. Juckt jetzt auch nicht mehr. Aber trotzdem, hä, was... Hä, was ist denn... Ich speichere ich jetzt einfach mal. Aber... Wenn ich ehrlich bin, ich verstehe hier nicht, was der Sinn jetzt hier ist. Welchen Schlüssel soll ich hier suchen? Muss ich hier den Schlüssel suchen, oder hä? Hä? Okay, das ist wirklich sinnlos. Nein, falsch. Falsch. Ach, Mann. Nein! Wisst ihr was? Kann ich jetzt nicht neu starten? Ich hab doch gespeichert, oder? Okay, ich hab wieder neu geladen. Ich denk, wir haben alles richtig gemacht. Also, keine Ahnung, was für ein Schlüssel, aber... Ich geh jetzt einfach mal hier durch. Ich glaub, wir waren überall richtig, quasi, eigentlich. Hundertprozentig. Ich denk, das ist hier alles Latte, was man hier macht. Keine Ahnung, was die Wolke da macht. Hat die nicht irgendwie gesagt, dass man hier mehrere Wege oder so hat? Die hier... Ist irgendwie Glückssache, welchen Weg man geht. Ich empfange ja keine Besuche, nachdem ich zu Bett gegangen bin. Was für ein Schlüssel will der Wichser überhaupt? Ich versteh's nicht, Alter. Was willst du von mir, du hässlicher Wichser? Yoshi Keks. Ist das ein Schlüssel überhaupt für ihn? Nee, ne? Yoshi im Kampf? Nee. Macht keinen Sinn, Alter. Jetzt hätt' ich gedacht, vielleicht muss ich den Yoshi Keks geben, aber hä, es macht doch gar keinen Sinn. Jetzt ist das Zufall, in welchem Raum wir kommen. Vielleicht muss ich das hier einfach jetzt öfters mal versuchen. Kann ich hier überhaupt wieder drauf? Nee, ich muss immer das hier wieder machen. Ich bin so hungrig. Ich wünsch' ich hätte etwas zu essen. Hä? Die Nachricht hat sich geändert. Hä? What? Hä? Hä? Okay. Keine Ahnung. Ich bin so hungrig.